Musik 79 Kinder und Jugendliche haben sich am Wochenende beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert einer fachkundigen Jury gestellt. Das Ergebnis? 43 erste Plätze. Die 16 besten davon vertreten die Region beim Landeswettbewerb in Mainz. Von den jüngsten bis zu den ältesten zeigten alle Teilnehmer gute Leistungen. Isabel Hoffmann spielte auf dem Saxophon in Begleitung von Nina Vandl moderne Stücke von Colin Coles, Paul Bonneau und Thomas Doss. Ihr Ergebnis? Erster Preis und Teilnahme am Landeswettbewerb. Auch Carolin Krump an der Klarinette und Julian Dockendorf am Klavier schnitten in der Gruppenwertung mit dem ersten Platz ab. Ebenso erfolgreich Leonie Schmidt von der Musikschule Bernkastel-Wittlich. Auf dem Xylophon spielte sie konzentriert Stücke von Thomas A. Brown, Saul Feldstein und Michael Lang. Damit überzeugte sie die Jury. Das Votum Platz 1. Auch das Publikum war begeistert von so viel musikalischem Talent. Die Wertungsauftritte waren öffentlich ein wichtiger Aspekt des Wettbewerbs, der auch das Vorspiel vor Zuhörern ermöglichen soll. Die Wertungsauftritte Untertitelung des ZDF, 2020